Wundervollen guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video und heute wollen wir uns mit Gangplank beschäftigen und der Variante, dass man ihn mit Titanic Hydra spielt. Es ist jetzt eine Version, die auch nicht vollkommen neu ist. Diese E-Mails bekomme ich eigentlich ständig, hey, man kann doch Gangplank auch mit Titanic spielen. Die Gründe dafür sind auch relativ offensichtlich, denn wenn er sein Q abfeuert, bumm, dann gibt es den Titanic-Effekt. So den passiven als auch den aktiven, das bedeutet, wenn er das Item drückt und das Geschoss abfeuert, verteilt sich dieser On-Hit-Effekt. Im Prinzip eine ganz nette Sache und es ist quasi ein natürliches Ding, dass man sich sagt, hey, dieses Item kann ich doch auf Gangplank bauen. Die Problematik liegt aber darin, dass Titanic jetzt mehrmals überarbeitet wurde und es lediglich 35 AD gibt. Und dieser On-Hit-Effekt auch, sag ich mal, eine spezielle Funktionsweise mit den Fässern hat. Das heißt, natürlich denkt man sich, hey, nicht nur das Q funktioniert, sondern man kann ja auch mit dem Fass damit arbeiten. Und das bedeutet, wenn Gangplank das Fass anschießt, dann ist bei dem getroffenen Fass ebenfalls dieser Titanic-Effekt. Sowohl der aktive als auch der passive Teil funktioniert beides. Sollte man mehrere Fässer aneinanderketten, ist das aber nicht bei jedem Fass so. Das heißt, nur das erste dient als Ziel und hat auch diesen entsprechenden On-Hit-Effekt. Titanic wird jetzt nicht über alle Fässer verteilt, das wäre ein bisschen zu krass. Die Frage, die sich dann stellt, warum ist das auf einmal so, obwohl doch Titanic nicht mehr diese hohen AD-Werte hat, von denen Gangplank stark profitiert. Tja, und das Interessante darin ist, dass es ein Geflasht aus mehreren Dingen gleichzeitig ist. Wir haben jetzt ja das Tank-Update, das muss man erwähnen. Und Gangplank ist so ein Charakter, wo ich sage, ist ein bisschen schwierig. Er hat einen seltsamen, seltsamen Schadenswert, der kann wirklich extrem hoch sein, muss aber bis dahin farmen ohne Ende. Es dauert wirklich lang, ehe Gangplank effizient ist, okay? Er hat natürlich die Utility über die Ultimate. Aber warum distanziert man sich hier von dem Crit-Bild und sagt sich, nope, ich gehe Titanic, ich gehe nach wie vor Trinity Force. Und es wird sogar Sterax bzw. Death's Dance dazu gefügt. Dieser Gangplank kritet nicht. Es gibt natürlich einige, die noch einen Phantom-Lancer dazwischen packen, dann passiert das Ganze. Aber auf der anderen Seite hat man nun eine Gangplank-Version, die absolut insane ist. Das heißt, diese Gangplank-Version bringt Stärken und Schwächen von dem Alten mit, aber gleicht einige aus. Das heißt, die größte Schwäche ist nach wie vor, holy shit, ist ein Itembild teuer, okay? Es ist arschteuer. Dafür hat er aber natürlich mit dem Q die Möglichkeit, mehr Gold zu generieren. Naja, über Trinity Force muss man, denke ich, nicht reden. Alleine schon, weil der On-Hit-Schaden auf die Fässer verteilt wird, ist das Item absolut useful. Zusätzlich, dass es im Prinzip jeden Stat gibt. Und weil die sowas die Q dann Reduction. Über Titanic habe ich jetzt auch schon geredet. Neben der On-Hit-Geschichte und der Möglichkeit, diesen On-Hit-Effekt zu übertragen über das Q, ist das wirklich sehr sauber. Und zusätzlich gibt dieses Item HP. Und das synergiert natürlich mit dem Rest. Das heißt, das Trinity Force gibt Leben, verstärkt also den On-Hit-Effekt. Gangplank kriegt jetzt auch nicht gerade wenig Leben pro Level. Wird natürlich auch mit eingerechnet. Das Sterex, was jetzt ja verändert worden ist, auch ein richtig gutes Mittel, um diesen Schaden zu erhöhen. Denn nicht nur, dass es Sterex HP gibt und Titanic verstärkt, sondern Sterex ist nun von 25% auf 30% der Bonus-ID gestiegen. Und das ist bei Gangplank insane. Denn sein Base-Wert ist auf jeden Fall nicht schlecht. Außerdem hat der Trinity Force, dieses Item wird quasi auch verbessert damit. Also es hat einen direkten Einfluss. Sterex und Trinity Force sind eh verheiratet. Und dieser Gegenstand hat nun einen wesentlich besseren Schildeffekt. Der Schildeffekt ist nun deutlich, deutlich besser. Und das gleicht wieder eine Schwäche von Gangplank aus. Gangplank ist in der Lage, abartigen Schaden rauszudrücken, gerade mit dem Kripp-Bild. Aber er hält nichts aus. Er ist aus Pappe, okay? Er fliegt sofort auseinander bei jedem Mist. Und das gilt auch fürs Late-Game. Diese Version sagt sich aber, hey, ich hatte zwar keine Armor oder M-R-Werte, aber ich habe arschviel HP. Ich habe richtig viel Leben. Ich habe das Sterex, was mich noch super, super tanky macht. Weil es, wie gesagt, die neue Version, die sie deutlich mehr Leben gibt. Und nun kaufe ich mir ein Item, was im Prinzip eine absolute Verbesserung erfahren hat. Und zwar Deathstance. Das heißt, dieser Gegenstand gibt abartig viel AD. Gleich quasi Titanic ein bisschen aus. Und dass man nun in der Lage ist, 30% wegzudanken, macht Gangplank mit diesem Item-Bild immun gegen Burst. Er ist buchstäblich immun dagegen. Denn Deathstance hat die große Problematik, du verhinderst ja den Schaden nicht. Du verzögerst ihn nur. Aber einen ganz schönen großen Teil davon. Und diese Verzögerung ist insane mit Sterex. Das ist stupid efficient ist das. Denn das Sterex-Schild ist absolut riesig. Deathstance ernährt sich quasi davon und hat dir die Möglichkeit gegeben, jeden Burst zu überstehen. Und ja, das Item-Bild ist natürlich teuer, aber Gangplank funktioniert sowieso auf diese Art und Weise. Und er hat als einer der wenigen Charaktere Bonus-Gold auf seinem Cue, beziehungsweise generell im Kit. Diese Variante, quasi das Tank-Item-Bild von Gangplank, natürlich mit dem Zusatzeffekt, dass es auch noch 400 AD oder sowas gibt, ist einfach eine super moderne, super effiziente Spielweise. Sie verlässt sich komplett nicht auf Glück, weil du hast keinen Kit drin, bist auf Fandom Dancer vielleicht. Aber das kannst du selber auswählen. Und der Rest gibt HP, Tankiness und Damage. Und mit Deathstance sogar einen guten Sustain. Und damit muss ich sagen, hat man mit Gangplank alle Schwächen ausradiert. Die einzige Schwäche, die er wirklich noch hat, und da kann er nichts führen, ist, dass er keine Hard CC hat für einen Solo-Laner. Er kann natürlich mit den Fässern Leute slown, aber auch mit der Ultimate, das ist sogar ziemlich cool. Das heißt, den Engage-Punkt kriegt er sogar auch. Aber ihm fehlt der Lockdown, aber das hat er eh nicht. Dieses Item-Bild von Gangplank ist wahrscheinlich das modernste, effizienteste, auch ziemlich teure. Aber von der Funktionalität her, dank des Tank-Updates unter anderem, OP. Es ist wirklich OP. Gut, im Prinzip war's das schon. Die kommenden Tage werden wir ebenfalls über das Tank-Update reden. Ha, gerade der Herald ist da sehr, sehr interessant. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Rank.